Ich geh jetzt schlafen. Okay. Kannst du auch bei mir übernachten, wenn du willst. Ich muss nach Hause. Okay. Wie du willst. Okay, dann komm ich mit. Wo ist die Luftmatratze? Ja, Loch. Ich nehm den Boden, kein Problem. Ich wollte mir deinen Namen in die Haut ritzen. Machst du mir echt Angst? Keine Sorge. Ich pass auf dich auf. Wie geht's deinem Freund? Problem mit der Ernährung. Unter anderem. Denkst du, du bist mein Retter oder was? Warum liegst du? Mach ich nicht. Gib's doch einfach zu, Mann! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020